Keine Stunde, dann wimmelt es hier nur so vor mehr Jungfrauen. Ich will nicht, dass mir jemand hilft. Aber du brauchst sie. Du bist keine jener finsteren Kreaturen, die auf der Arche keine Zuflucht fanden. So wunderschön. Und doch so tödlich. Tödlich? Nein. Du hast mich angegriffen. Nein. Du bist anders. Ich bin anders. Du behütest. Sie hat einen Namen! Sie heißt Serena. Du kommst meinetwegen zurück. Wieso? Mama, weil du anders bist als die andere. Hast du noch nie von Güte gehört und Mitgefühl. Ich war verloren. Der Wind, die Gezeiten sollen den Glauben erneuern können. Aber für mich kannst nur du das. Philipp, ich kann dich retten. Du musst mich nur fragen. Es gibt nur eines, wovor ich suche. Was ist das? Vergebung. Wäre ich nicht gewesen, wärst du nicht gefangen worden. Sag es. Vergib mir. Wäre ich nicht gewesen, wärst du 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 nicht gewesen. Untertitelung des ZDF, 2020